hallo und herzlich willkommen zu shovel night einem spielchen von dem ich überhaupt nicht weiß auf mich zukommt keine ahnung es ist ein ja wie man schon sieht im pixel grafik gehalten retro style gehalten jump and run und das ist eigentlich auch das einzige was ich darüber weiß mich wundert grad copyright 2014 bis 2016 also ich habe zu weihnachten 2015 gekauft es wird anscheinend noch weiterentwickelt keine ahnung haben wir einfach mal rein gucken wir mal da kommt ich hatte nämlich bock gibt einen namen ein okay ich hatte nämlich bock auf plattform ich hoffe der sound passt so ich habe ganz kurz gestartet und so und schon mal leiser gemacht aber nur schauen wir mal ob das wirklich so richtig ist notfalls muss ich nachbearbeiten ach so ich dachte das startet jetzt ach das sind profile okay was hat dahinten kopieren löschen okay na gut dann hau mal rein sieht ja aus als wären da die ein oder anderen profil auswählen ja sicher dann möglichkeiten vor langer zeit war das land ungezähmt und die heimat legendärer abenteurer von allen helden war keiner strahlender als shovel night and shield night doch ihre gemeinsame reise endete am turm des schicksals als ein verfluchtes amulett einen schrecklichen zauber wirkte als shovel night erwachte war der turm versiegelt und schild night war verschwunden als gebrochener mann zog sich shovel night in ein leben in einsamkeit zurück doch ohne helden fiel das land in die hand einer bösen macht der verzauberin und ihres orden ohne gnade nun ist das siegel des turms zerbrochen und die welt steht am abgrund ein neues abenteuer beginnt das ok ok da sind wir schon herrlich ok da kann ich durchlaufen und ok ok ich kann also schaufeln fein hau ab mit der schaufel kann wir auch zuschlagen das ist schon mal prima ich bin echt mal gespannt was hier auf die zukunft bisher finde ich ganz witzig was das da kann ich nicht durch kann ich drauf kann ich weg schaufeln ok gold gold sammeln immer schön gold sammeln was ist das eigentlich keine ahnung was fällt nicht runter ja gut halt das schaufeln meine klinge auch weg gold ich hoffe ich denn nach unten ah 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 ok blieben stanz was das die werde ich wahrscheinlich nutzen müssen aber und sie macht mir schaden hat sie mir schaden gemacht ja sie hat mir schaden gemacht ähm hm so ah so ok es ist auch wahnsinn das ist das ein checkpoint wahrscheinlich ne ich habe keine ahnung ich habe wie gesagt null ahnung wo 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 haha na haha geht doch ok und hier genau ok what what alles klar ok da kann ja lustig werden ah dem kann ich nur am kopf was ok auch das ging ja sogar einfach ja gut das wird noch zur eingewöhnung sein wahrscheinlich aber nice was sind die totenköpfe ha sonst bringen die mir nichts außer dass ich zu jemandem einen kopf werfen kann das ist in Ordnung was was zum glück gibt es anscheinend keinen Fallschaden was was ähm was was das geht nicht was das war aber gemein hier die lümmel hier falle ich gerade runter ich hoffe ja okay das hat funktioniert ok was nicht dahinter was nicht dahinter kann ich das auch so abbauen nein ich fällt da nicht von dem kostbaren gut in den abgrund da so was habe ich jetzt gekriegt keine ahnung gold aber hier direkt man secret gefunden also geheimraum na na ist denn da kommt gar nichts raus und hätte ich mir doch sparen können bing scheiße war das jetzt so schlau das kommt nämlich da nicht mehr dran alter alter kann sich auch dumm anstellen da kann ich bin ich super gut drin wie immer ja da komme ich nicht mehr daran zu spät dran gedacht was bist du hat das jetzt mein leben regeneriert wahrscheinlich schön über augen auf dann findet man auch sequels ich gehe immer noch davon aus dass ein speicherpunkt ist wird block hat okay kann ich auch so ein kick nach oben nee anscheinend nicht na gut dann gehe mal zack nein komm wieder her komm wieder jetzt verdammt jetzt was geht das hier weiter wäre da hinten sich gut rum gewesen da war doch noch ein leiter oder sind wir von der leiter gekommen ich bin schon wieder verwirklich warte ne what gekommen sind wir hier kann ich nicht zurück ok kommen sie mir von da rechts unten ne kommen sie mir von da rechts unten ne ja gehen wir erstmal hier weiter gucken hopp ah ok und hopp und hopp ok dann nicht halt da ging es doch links noch weiter ne ging es nicht ich bin schon bewirrt das fängt schon super an hallo hopp alter und hopp jawoll und hopp jawoll komm her no und hopp hopp Oh, das war aber gemein. Wo warst du versteckt? Hopp, hopp. Was ist das da oben neben der Goldanzeige? Das hat ein Mana. Wofür brauche ich Mana? Kriege ich immer irgendwas? Da unter mir ist eine Kiste. Eine Leiter. Aha. Wie komme ich da rein? Och, och. Older. Haha. Küste. Die Animation war ja geil. Was war das? Eine Karotte? Okay. Da oben drauf? Nö, wahrscheinlich nicht. Halt, kann ich den Busch eigentlich auch? Nein. Äh, wat? Kommt der wieder? Alter. Das kann ja noch lustig werden. Hopp. Hopp. Den will ich auch. Ja, wieder sauber drüber hinweggesprungen. Da habe ich wieder... Wow. Spitzendechnisch in den Krieg. Hopp. Okay, da ist wieder ein Boss. Hier direkt unter mir ist ein Löcher. Wie war... Wie fucking ist das denn? Alter. So. So. Na, komm. Jawoll. Ich habe aber Glück gehabt, dass ich nicht in das Loch gefallen bin. Und ich habe nicht auf die Bossanzeige da oben geachtet. War da irgendein... Lol. Der erste Tod. Holst du ihn zurück? Wat? Das war jetzt ein bisschen schnell. Okay, das ist ein Speicherpunkt. Ach, holst du ihn zurück, hieß das Level, ne? Oha. Okay, der kann mir nix. Er fliegt über meinen Kopf hinaus. Sag mir, das Ding hier auch noch was mit Secret, nein. Ich muss mir den Boss nochmal machen. Oh. 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 Er war aber gemein, du. Wow. So. Was seid ihr? Das hat... Hat das Gold gegeben? Ja, das gibt Gold. Ah, okay. Fliegende Goldsäckchen. Okay. Hopp. Äh. Okay, das geht. Nein, brech das wieder ab. Okay. Das ist ein bisschen tricky, das wieder abzubrechen. Wie so ein Presse-Grammer. Äh. Wow. Ach, das sind noch mehr gewesen. Und die sterben noch nicht beim ersten Schlag, ne? Bist du ein Secret? Ja. Hopp. Kann ich so hoch springen? Tatsächlich. So, das sieht aber aus, als könnte man da mal links... Testen. Oh shit. Fallschaden gekriegt? Weiß ich nicht. Hopp. Jetzt. Jawohl, man kann noch da. Hopp. Und da ist die Kiste. Yeah. Hopp. 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 Wow. Na, das hat ja gut geklappt. So. Die spawnen das Zeug irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Oh, Checkpoint. Es war gerade in dem Todesbildschirm waren vier von diesen Checkpoints. Heißt das? Ich komme jetzt... ...zu einem Boss. Black Knight. Wusste ich es doch, dass du dich früher oder später blicken lässt. Der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe kein... ...what? Zwist. Zwist. Ich hätte eher mit Twist gerechnet. Aber ist okay. Zwist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind dir wohl die Sinne geschwunden. Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal. Denn wer es auf die Verzauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stähle deine Schaufel. Der hat auch eine Schaufel, ne? Ja. Okay. Hat der jetzt gelacht? Der hat mich ausgelacht. Dafür kriegst du... ...eins aufs Dach. What? Der springt auch. So haben wir aber nicht gewettet. Hallo? In der 5-Lummi. Lach nicht. Aua. What? What? Der macht aber Schaden. Alter, Finne. Ist das mein Gold? Ach so, jetzt verstehe ich das mit diesem Säckchen. Das ist Gold, was ich verloren habe. Alter. Nein, nein. Ich hab's wieder. Haha. Zack. Zack. Wuch. Zack. Alter. Der kam ja auch in der Luft, Mann. Haha. Hopp und bäm. Ey. Ich wollte gerade nach meinem Leben gucken. Ich war es am suchen. Hab aber nur auf den Boss. Auf das Bossleben geguckt. Ich hör's. Oben in der Mitte. Okay. Also, neuer Versuch. So schwer kann der Lümmel doch nicht sein. Alter, alter. Nebengesprung. Wow. Der hat mir aber schon ganz schön Leben abgezogen, der Lümmel. Ey. Alter. Nein. Das gibt's doch nicht. Am ersten Boss verzweifeln. Das kann's doch wohl nicht sein, ne? Ja, 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 ja. Lach du nur. Freundchen. Bäm. Bäm. Naja, daneben. Nein. Kann das sein, dass ihm seine Schaufel auch länger ist als meine? Verdammt. Verdammt. Hilfe, zurückhauen. Hat keiner was gesagt. Was? Warum hat denn der Kick nicht geklappt? Alter. Mann, das ist so knapp. So knapp. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt aber. Jetzt kriegt man den. Erst was Geld wiederholen. Komm, komm. Wut? Alter. Okay, der erste Hit geht an ihn. Weg. Weg. Ha. Ja. Und tausend Gold hat er gedroppt. Yay. Hey. Was? Jetzt läuft er weg? Okay. Was tut sich da gerade? Fangen sie. Okay. Habe ich sie jetzt gefangen? Das war ein Traum. Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Okay. Heldentat verbracht. Nur du? Stand da nur du? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Aber ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich finde es bisher ganz witzig. Könnte interessant werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr bei den Däumchen freuen. Vielleicht auch so über den einen oder anderen Kommentar. Ihr kennt das ja. Bis denn. Ciao. So iso? Ja. Ja.